Hallo miteinander, ich bin Albin Ucay. Ich bin im Viertel Lehrjahrs Polymer. Ich bin der Firma Friss Schiess AG und ich würde euch gerne meinen Alltag zeigen. Das coole an meiner Lehre ist, dass unser Team nur aus jungen Leuten steht und so aus miteinander lockerer ist. Zudem ist es auch eine Ablenkung vom Alltagsstress. In der Abteilung sind sehr unterschiedliche Maschinen. Von alt bis neu haben wir alles da. Das bringt auch Abwechslung in Ange und neue Herausforderungen. Gut finde ich an meinem Arbeitsalltag, dass kein Tag gleich wie der andere ist, sondern man jeden Tag etwas Neues aus meinem Metallkopf fertig. Und am Ende des Tages sehe ich, was ich auch gemacht habe. Wenn Polymilch werden willst, sollst du mit Mathe auf einem guten Stand sein und definitiv das technische Flair mitbringen. So, jetzt habt ihr einen kleinen Ausschnitt gesehen von meinem Arbeitsalltag. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerben wir euch doch als Polymechaniker bei uns. Also rowsihe. Und dann sind wir dich mit Mathe auf einem Schlag anbelt place. Und wenn es euch gefallen hat, dann lassen wir es. Ab teen ihren Ausblick auf heighten,ern wir ja noch nicht. schon passt das werden und fertig. Diosure es mir schon mal bzw. Ver Berge auf φluss! Ich weiß die Flüssigkeit!